Hallo, Inas Nacht heute mit meinem immer noch Lieblingsfußballer of all the times und überhaupt Mehmet Scholl. Ich krieg mich gar nicht wieder ein. Und weil der auch noch Plattenchef ist, hat er seine eigene Band gleich mitgebracht. Balloon Pilot. Und dann kommt noch meine Lieblingsfernsehgarten-Fee Andrea Kiwi Kiewel. Und Musik haben wir aus Österreich da. Futzmann and the Singing Rebels. Juhu! Bei mir war's Liebe auf den ersten Blick. Ich rief dir zu, doch du riefst nie zurück. Leider schauten 60.000 Menschen zu. Bei unserem allerersten Rendezvous. In einem Fußballstadion hast du dann mein Herz geboren. In einem Fußballstadion hast du dann mein Herz gewonnen. In einem Fußballstadion sind wir uns ganz nah gekommen. Befrüßt mit mir den wundervollen, fantastischen Mehmet Scholl. Mehmet Scholl! Oh mein Gott, hast du das gesehen? Das ist heute per Eilpost gekommen. Sehr, sehr schwer zu kriegen. Der echte alte Bravo-Star-Schnitt. Hast du den von dir alleine, ne? Ja, natürlich. Nein, habe ich ihn nicht. Nie gehabt? Nie gehabt. Nicht wo hingehängt? Irgendwie im Partykeller? Nee, er ist mir schon öfter mal begegnet, aber nicht. Ich frage mich gerade, ist der wirklich Originalgröße, glaube ich, ne? Wenn man jetzt das wegnehmen würde, wahrscheinlich, ne? Aber das ist mit Haaren, das bin ich nicht. Doch! Du hast ganz schöne, so weiche Haare, wo man als Frau seine Nase immer reinstecken möchte. Jetzt wird es eher wehtun, glaube ich. Das tut weh. Stopple dich jetzt, ne? Das tut weh, ja. Wir haben dir sehr, sehr guten, teuren Rosé-Wein besorgt. Wo setze ich mich denn hin? So geht's los. Wir gehen jetzt da. So geht's los, du hast ja recht. Möchtest du da durch? Dankeschön, Ida. Das ist nämlich eine Klimaanlage, was ganz schön ist. Ne. Ich würde, wenn ihr einen Rosé-Wein besorgt habt, würde ich einen trinken. Extra gut. Aber lieber noch Weißwein. Was? Ja, ich bin umgestiegen. Seit wann? Ich habe den Dealer gewechselt, ja. Ich weiß, was? Ich glaube, irgendwann war mir der Rosé zu sauer und jetzt bin ich bei Franzosen Weiß. Ich kenne Umsteigen immer nur, wenn man einmal gebrochen hat davon und dann war so schlecht und dann muss man umsteigen. Oh, das ist ewig her. Hast du das auch? Das war die Meisterfeier 95, glaube ich. Das war das letzte Mal? Ja, ja. Und warum bist du normalerweise, wenn man aufhört, so viel Sport zu machen wie du, kriegt man ja so eine Pocke vorne und hier so ein Ding und so. Und du siehst aus, als wärst du so fit wie nie. Yoga und Ingwertee mache ich. Machst du das wirklich so, was du bist? Du bist doch kein Yoga-Ingwertee-Mensch. Doch, und ich habe mir einen Volleyballschläger gekauft. Nein, natürlich fragen die Leute immer, was tust du? Aber normal essen, normal sich bewegen reicht eigentlich. Also nicht jeden Tag zehn Kilometer laufen? Nee, da fehlt mir auch der Ehrgeiz. Ehrlich? Ich bin genug gelaufen. Ja. Ich mag ihn schon. Mein Lieblingsspruch von dir war, mein Gehirn hat vier Areale. Musik. Bist du als Fußballer relativ alleine, glaube ich. Ich glaube, die meisten Fußballer hören das, was in der Kabine gehört wird und viel mehr kennen die auch gar nicht, oder? Ja, das kann ich gar nicht so genau beurteilen, wie das jetzt heutzutage ist. Bei uns früher war es so, dass das eher exotisch war, was ich gehört habe, handgemachte Gitarrenmusik. Und heute, weiß ich nicht. Aber hast du nicht mit Kahn immer gestritten, weil wenn wieder Schollmusik im Bus lief, wollten die sich doch alle umbringen. Ja, der hat sofort gerochen, dass das meine CD ist, wenn man mal einen Versuch gestartet hat. Und dann hat er halt nach vorne gebrüllt, so Busfahrer in Sandra, ist das wieder das vom Scholl. Weil er gehört hat, dass es ein bisschen anders ist? Das hat er sofort rausgehört. Und dann hat er gesagt, Scholl, willst du eigentlich, dass ich mich erschieße? Weil du traurige Musik hörst, ne? Nicht nur traurig, sondern gefühlsbetont. Also, aber eher schon schwerer. Aber du bist ja sehr musikinteressiert, du bist Labelchef, das ahnt man ja auch nicht, von Milafon. Kann man sagen, du bist Labelchef? Hört sich blöd an. Hört sich geil an, findest du nicht? Nee, hört sich, nein. Dazu, du mir nichts von Musik, ich bin Labelchef. Das ist super, glaub ich. Ich hab sogar eine Karte, wo draufsteht, äh, Geschäftsführer, nicht Labelchef, sondern? Geschlechtsführer, Geschäftsführer. Geschlechtsführer. Ich meine, aber die Hauptarbeit machen ja andere, ähm, wir wissen. Gibst du nur deinen Namen? Nee, nee, nee. Und meine Einschätzung zu Bands, die sie vorstellen oder die wir spannend finden, das machen wir schon zu dritt. Der Till Hoffmann, Gerd Baumann und ich. Also Musik, hat denn der Kahn immer Schlager gehört im Bus oder eher so Scooter? Nee, 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 Oli war auch dann eher alte Schule, Van Halen und sowas. Ach so. Also da hat's schon auch gekracht, also am Kopfhörer hinter mir. Ach so. Da saß er hinter mir. Wenn man für die Bayern, ne, zu deiner Zeit eine Helene Fischer zur Weihnachtsfeier eingeladen hätte, hättest du irgendwas gesagt? Ich hätte für keinen Spieler die Hand ins Feuer gelegt. Also du wolltest jetzt wegen der Musik? Ach so. Schlamm. Noch ein Areal wäre natürlich Fußball. Interessest du dich? Prost. Prost, Jungs. Zum Wohl. Prost, 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 Prost. Ich weine nicht. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Was trinkst du denn sonst für... Ich habe es ohne Verschlucken geschafft. Kann ich den Roséwein zurückgeben und auch so einen Weißwein trinken? Nein, komm. Probier den erst und ich habe den schon voll geschmiert. Komm, wir kommen zum dritten Areal im Gehirn. Das sind Witze. Wirklich. Erzählst du gern Witze? Nee, das ist aber doch manchmal. Aber das ist halt auch so ein Tool. Das geht dann auf und dann sprudelt es. Aber das machen wir jetzt nicht auf. Nee, sind da welche gespeichert? Die machen wir gar nicht erst auf jetzt. Wenn ich einen Lieblingswitz hast, einen Lieblingswitz hast du. Ich habe einen und du hast einen. Den hören wir auf. Und keine Altherrenwitze, sondern nichts mit Penis. Und so. Habe ich doch sowieso nicht. Doch, du hast bestimmt so diese Dinger ganz schlimme. Geht. Hast du vielleicht gar nicht noch? Ja, ich denke noch drüber nach. Ich will gerade bei mir. Da kommt doch dieser Mann zum Zahnarzt und sagt, Herr Doktor, helfen Sie mir, ich bin eine Motte. Und dann sagt der Zahnarzt, ja Moment, ich bin Zahnarzt, da sollten Sie zum Psychiater oben gehen. Ja, aber bei Ihnen war noch Licht. Und dann gibt es ein viertes Areal, wo du sagst, darüber sprichst du nicht. Fängt das mit F an? Schreibst du Vögeln mit F? Nee, aber Frauen. Nein, nein, ich habe tatsächlich ein Areal. Ihr sagt wahrscheinlich in München Vögeln, weil die so anständig sind. Was sagen wir denn? Naja. Wir machen es einfach. Ja, natürlich. Mein Schnachseln ist, glaube ich, dann nur Knutschen bei euch, ne? Schnachseln ist auch nicht rummachen, oder? Ist das auch rummachen? Das kann man im Laufe der Sendung klären. Ich finde, dass wir ein bisschen Bio machen. Ich habe gestern mir deinen Film noch angeguckt, der über dich gemacht wurde. Du hast ja nicht selber gemacht, glaube ich, ne? Nee. Der ist sehr schön. Das freut mich. Also ganz toll alles drin und erzählst so viele tolle Sachen. Auch viele Sachen, die ich überhaupt nicht wusste, die du auch, glaube ich, nur da so erzählt hast. Also du bist ja, weißt du nicht im Film, aber was ich da noch gelesen habe, Kegler, Kegeln. Du gehst zum Kegeln. Im Moment nicht, aber das war früher in der Jugend gleichzeitig Kegeln und Fußball. Das ist voll Rentner-Dingsbums. Würde ich so nicht sagen. Wenn man das leistungssportmäßig macht, ohne Löcher. Kegelt ihr noch, Jungs? Ja, aber ihr kegelt mit Löchern. Ja, das ist Saufkegeln natürlich. Genau, das ist was anderes. Okay. Aber so 200 Wurf hintereinander, da habe ich dann auch als Fußballer Muskelkater gemacht. Und bist du da sehr gut im Kegeln? Nein. Okay. Normal gut? Okay. Und stellst du dir immer so Köpfe von deinen Kollegen vor? So jeder Kegel ein Kollege so früher als du. Als Kind hast du ja schon gekegelt. Ja, es hat schon immer Spaß gemacht. Wir haben es sogar einmal mit den Kollegen gemacht, aber ich stelle mir da nichts vor. Aufgehört habe ich jetzt vor vier oder fünf Jahren, als ich dann gegen einen Rentner verloren habe, der 140 Kilo hatte, sich nicht mehr bücken konnte. Und der einfach besser getroffen hat als ich. Und dann hinterher zu mir gesagt hat, Burli, das musst du anders machen. Und da hast du gedacht, ein Nemetscholl wird hier nicht gezeigt wie man kegelt. Genau. Keiner zeigt einem Nemetscholl. Vor allen Dingen, er konnte es mir nicht zeigen, sondern er hat mich einfach besiegt. Und das war dann so. Und ich habe zu der Zeit dann wirklich auch trainiert und wollte mal noch ein bisschen gucken, wohin die Reise geht. Und dann keine Chance. Der letzte echte Straßenfußballer, das finde ich auch. Das ist mir auch in dem Film wieder klar gewesen. Und als Kind zehn Stunden am Tag draußen Fußball gespielt, gar nichts anderes gemacht. Und du warst allen immer zu klein und immer zu dünn. Und zu frech. Und zu frech auch schon. Da auch schon. Ja klar. Ich dachte immer nur zu klein und zu dünn. Wo alle Sachen. Ist kein Fußballer. Ich mochte das so. Ich mag diese, weil du zu wenig gegessen hast. Wenn man das gesehen hat zum Beispiel. Das wusste ich nicht, dass das die Ausgangsposition war. Das ist. Und hätte ich raten müssen, hätte ich gesagt, Sachbearbeiter, irgendwie bei der Kfz-Zulassungsstelle. Also was wird aus diesem Jungen werden. Programmierer. Hätte man vielleicht noch sagen können. Ist jetzt nicht direkt ein Popstar. Oder so. Und das war auch nur ein Kassengestellter. Also wir hatten jetzt wirklich nicht viel. Und das war dann wirklich das Billigste vom Billigen. Du hast so lange Brille getragen im Film, bis du 10, 12, 15 irgendwie machst. Was ist mit den Augen passiert jetzt? Ne, ich habe eine Sehmuskelschwäche. Das heißt, wenn ich dich jetzt von unten anschaue, dann flutscht das Auge nach innen. Und nachher, wenn ich mehr Wein trinke, bleibt es drin. Das ist so. Wie siehst du das? Ne, man sieht das nicht so richtig. Doch, jetzt sehe ich das. Achso. Das flutscht dann rein. Aber das war das einzige. Deswegen diese Wahnsinnsbrille über Jahre. Foltert. Und man hätte doch nicht gedacht, wenn man ihn hier sieht, den kleinen Mehmet, ne? Und dann Jahre später, tata, huch, tata. Ich bin nicht gespannt. Da hätte ich dann drauf rumfantasiert in der Pubertät, glaube ich. Nein, das finde ich wirklich extrem schön. Das stimmt alles. Das ist lang her, ja. Ja, aber bei mir ist auch alles lang her. Da ist auch nichts mehr da, wo es war. Wir sind ja nicht so weit auseinander. Fünf Jahre Altersunterschied geht, ne? Aber was ich so mag, ist eben nicht dieses übergebudybildete. Nicht dieser kleine Kopf und die dicken Arme. Sprichst du jetzt von Christiano? Ja, ich spreche von diesem neuen Männerbild, die sich so hochpumpen und der Kopf immer so klein wirkt und das wirkt dann so doof. Und da stimmte noch alles so, klein, kleine Ärmchen, alles klein und klein, so. Und sehr erotisch. Danke, Una. Toll. Aber das muss ich ja gar nicht sagen, muss ich ja gar nicht sagen, weil du das ja weißt, die Mädels haben dir ja die Bude eingerannt. Du warst ja wirklich ein Popstar, muss man das sagen. Ja und das ist auch als kompletter Boomerang zurückgekommen. Also ich war ja auch verheiratet zu der Zeit und die Ehe ist nicht deswegen, aber dann auch in die Brüche gegangen. Dann habe ich mich verletzt noch. Dann standen alle Geschichten über mich in der Zeitung, weil ich vorher eben alles preisgegeben habe. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, das muss nicht sein. Wenn du Trainer wirst, was wäre dein Lieblingsverein als nächstes? Im Moment hält sich mein Ehrgeiz total in Grenzen. Ja, das liegt auch daran, dass quasi ganz, ganz viel passiert in dem Geschäft, was die Öffentlichkeit nicht mitkriegt. Aber was du spürst, also dieses, das was ihr spürt, ist richtig. Dass jetzt viele Kräfte im Fußball am Werk sind, denen es nicht um das Spiel geht, nicht um den Sport. Ja, denn Trainer werden zu wichtig als Typen. Trainer werden zu wichtig, Berater werden zu wichtig. Bist du selber auch Berater eigentlich von jemandem? Berater? Ja, bist du, oder dein Sohn spielt doch auch Fußball. Ja, aber das kannst du vergessen. Der ist zwanzig. Aber wir haben vor zehn Jahren einmal ein kleines Bier im Blutschspielhaus in München getrunken. Und ich habe sehr wenig gesagt, weil ich natürlich völlig geflasht war, heute nicht mehr so. Heute ist es schön hier zu sitzen. Und da hast du O-Ton gesagt, mein Sohn, der spielt so gut, habe ich noch nie in meinem Leben gespielt. Und der wird riesig und ganz großer. Was ist passiert in diesen Jahren? Also es gehören drei Komponenten dazu, wenn du da durch willst. Du musst es fußballerisch drauf haben. Körperlich, athletisch musst du es schaffen. Und vom Willen her, vom Charakter her. Und was ist es bei ihm? Das fußballerische nicht. Da ist alles da. Sei nicht so, der Arme. Aber er weiß, ich rede doch so auch mit ihm. Er will es unbedingt, aber zu seinen Bedingungen. Nicht zu den Bedingungen des Sports und des Geschäfts. Okay, bei dir war es ja auch so, du warst ja ein sehr, also sagst du ja selber von dir, eher unsympathisch und unbeliebt, weil du so ungern abgespielt hast. Du hast geweint, als du ausgewechselt wurdest. Habe ich schon. Ja, hast du. Und zwar als du neu warst bei den Bayern oder als du neu warst bei Karlsruhe. Ich habe mehrfach geweint, aber vor Zorn, ja. Vor Zorn, natürlich Wut, Wut durch Auswechslung. Und dem Trainer den Ball in den Rücken geschossen, so Sachen. Ich habe auf Rebek gezielt, der hat mich aber auch bis aufs Blut gereift. Aber das geht nicht. Ja, aber mir sind halt Dinge passiert, weil alle immer denken, ja, das war ja alles. In der A-Jugend hat mein Trainer reingeschrieben, Schiedsrichter, wir wechseln. Ihr könnt nicht mehr wechseln. Doch, wir nehmen nur einen raus, Mehmet, komm. Da. Hat mir einen Ball hingeworfen und hab gesagt, geh auf einen anderen Platz, bisschen drippeln. Und die haben lieber zu zehn weitergespielt, als dich dabei zu behalten. Das hat dich verletzt, aber es muss ja irgendeinen Grund gegeben haben. Gab es nicht irgendeinen Grund, dass du zu dynamisch warst und zu egoistisch? Kennst du, du warst doch bestimmt auch so eine Schülerin. Ja. Du hast was über den Lehrer gesagt und er steht hinter dir. Ja, du hast den Mund immer schon zu weit aufgemacht. Ja, natürlich. Ja, aber ich habe jetzt den Beweis, dass es genetisch ist. Weil meine große Tochter, die ist zehn, die ist wie ich. Und wir haben jetzt meinen Vater, der ist gestorben vor zwei Monaten. Was eine tolle Geschichte war, wie wir das dann hingekriegt haben. Und dann habe ich gesagt zu meinen beiden Mädels, beiden Töchtern, Mädels, wir malen dem Opa jetzt noch ein Bild. Der ist jetzt im Krankenhaus, Palliativstation. Kann ich sehr empfehlen in München. Barmherzige Brüder. Und dann hat meine kleine Tochter, die total lieb ist, gesagt, die Große ist auch lieb, aber anders lieb. Die hat dann gesagt, ja Papa, ich male ihm einen Sonnenuntergang und eine Wiese. Und meine Große hat direkt gesagt, ich male ihm einen Sarg. Und das ist Mamet Scholl? Das ist das Erste, was ihr in den Kopf kommt, das sagt sie auch. Und da habe ich das dem Opa am Bett erzählt und der Opa hat sich totgelacht. Der kennt mein richtiger Vater, also mein Stiefvater ist für mich mein richtiger Vater. Der hat mich in die Hände gekriegt, da war ich sechs Jahre alt. Also der kennt das. Hermann. Ja, Hermann. Hermann weiß, dass das, was da jetzt nachkommt... Hätte es Hermann nicht gegeben, glaubst du, dass dann... Keine Chance. ...wärst du nicht Profifußballer gewesen? Keine Chance. Weil Hermann hat ja damals immer zu dir gesagt, hör zu Baby, Disco oder Fußball. Also Mädchen und Disco oder Fußball. Es wird nicht beides gehen. Du kannst gerne Disco und Mädchen machen, aber dann haben wir keine Fußballkarriere. Genau so ist es. Ich war 18 Jahre alt, dann bin ich nach dem Training um 8 Uhr in die Disco freitags. War der Erste. Als der Zweite gekommen ist, um halb 10, musste ich heim. Und mit 18 Jahren... Oh Gott, du Hammer! Und dann war ich um 10... Und dann stand ich um 10 Uhr daheim auf der Marke... Und du hast es gemacht, ne? Und mein Vater so... Naja, Profisportler brauchen einen Rhythmus. Ich so, Vagli, geh mal nicht auf den Sack. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Aber im Nachhinein... Perfekt. Ja, anscheinend, ne? Perfekt. Ja, darf ich noch mal zu Hoeneß ein bisschen fragen? Als es dir 96 nicht gut ging. Ich habe nirgendwo rausgekriegt. Hast du jetzt bei Hoeneß damals gewohnt oder nicht? Nein, aber er hat es mir angeboten. Aber du hast es nicht gemacht? Ich habe es nicht gemacht. Wobei Susi, die Frau von Uli, ist wie eine Mama für mich. Und Uli ist halt, würde ich jetzt sagen, eine total strenge, mittlerweile total weiche und liebevolle Vaterfigur. Hast du ihn mal besucht im Knast eigentlich? Durfte ich nicht. Ach du durfte, was? Durfte ich nicht. Nur Bayern-Angestellte oder Bayern-Führungspositionen oder Familie. Ach wirklich? Ach so, ich dachte, da gilt normales Besuch sein. Okay. Darf ich ein bisschen über Frauen mit dir reden? Wenn du möchtest. Ja, ich möchte mit dir reden. Und zwar warnen sich eigentlich Fußballer untereinander, wenn so geldgeile Fußballflittchen unterwegs sind und man sagt, hier bei der, bei Janine... Also noch schlimmer. Damals, damals hat man die weitergegeben. Ach so, ehrlich? Ja, ja klar. Ich habe ein paar weitergegeben. Ja, ja. Ja, ich dachte jetzt, Warnung im Sinne von... Man mag ja seine Kollegen manchmal auch, dass man sagt, auf die bitte nicht reinfallen. Und war es nicht so, als du noch jung warst und deine Highlight-P1-Zeit hattest, war es nicht noch so, dass es ein bisschen besser war, heimlich mal irgendwas zu tun, weil noch nicht jeder ein Handy und nicht jeder alles mitfällt. Ja, das ist natürlich... Und in jedem Hotelzimmer zog nicht jedes Mädchen, mit dem man abgezogen ist, ihr Handy raus. Wahnsinn. Guck mal, ich fick grad mit Mehmet Scholl. Und für uns wäre das eine Katastrophe gewesen. Also zu der Zeit, als ich Single war, in München, gab es eine Umfrage unter allen Münchner Frauen, ob sie sich vorstellen könnten, mit Mehmet Scholl was zu haben. Oh Gott. 70 Prozent haben gesagt, nie wieder. Also das war... Das war die Zeit. Darf ich noch einen neuen Weißwein mit Eiswürfel, damit der kalt bleibt, bestellen? Ich finde den Weißwein übrigens sehr lecker, wenn ich das sagen darf. Du sagst ja heute, das finde ich so witzig, wenn du durch die Gegend läufst und die Leute dich erkennen als Experte und als Mehmet Scholl, du kannst sie alle haben ab 60. Jede Frau, die Fußball schaut, jede ältere Frau strahlt mich an. Das ist so. Wenn ihr übrigens Fragen an Mehmet habt, Fragen, die ich mich nicht zu fragen traue, zum Beispiel. Mehmet, bist du beschnitten und so Sachen, ne? Denn jetzt bitte... Bist du? Darüber redet man nicht, ne? Das ist sehr intim, oder? Ich überleg jetzt gerade... Ist das intimer als über Geld? Über Geld reden ist scheiße. Du? Ich hab noch so ein paar Fragen, zum Beispiel, wenn ihr ein Tor geschossen habt oder euch freut und ihr mit den Knien meterlang über den halben Platz rutscht, warum sind die Knie danach nicht blutig? Frage ich mich dann... Das machen sie nur bei nassen Rasen. Ist es wirklich so? Die, die das bei trockenem Rasen machen, die bleiben hängen. Muss man drauf achten. Wird vorher abgecheckt, Shirt hoch oder Knie rutschen, wie ist heute der Tag so? Ja, genau. Ach ja? Oder so. Kannst du nicht den Kumpels mal sagen... Oder wenn du Trainer wärst, kannst du nicht vielleicht deiner Mannschaft dann verbieten, so Weiber Sachen, so Herzchen und so Nuckelscheiß und sowas zu machen? Das mögen wir nicht. So Sachen... Kannst du mal so einen Ball drunter stecken und diese Sachen... Kannst du mal sagen, dass wir das uncool finden? Wir haben auch uncool Sachen gemacht. Du hast auch uncool Sachen gemacht? Kann ich mich nicht daran erinnern. Doch, wir haben mit Christian Ziege mal getanzt. Aber Ziege ist ja kein uncooler Typ. Nein, wenn ihr versucht habt, da zu tanzen. Kannst du tanzen? Nein. Du bist kein Tänzer. Dann verliert man Zeit beim Trinken. Klar. Wer tanzt, ist zu geizig, hat kein Geld zum Saufen. So sagt man. Das ist schön. Der Kapitän einer Mannschaft, hat der heute eigentlich wirklich noch was zu sagen? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also bei uns war es schon früher Kahn, Matthäus, Effenberg, das waren schon Alphatiere. Da gab es schon Ansagen und die durften das aber auch vom Trainer aus. Aber ist Kahn eigentlich bis heute ein bisschen auch dein Lieblingsfeind? Ich kenne Olli seit elf Jahren. Ist das eher so ein Kappelspiel? Ja, das ist ein humorvolles sich aufziehen. Ladet ihr euch zum Geburtstag gegenseitig ein? Nein. Nein. Aber wir sind zehn Jahre nebeneinander gesessen in der Kabine. Manchmal hat er mich gegrüßt. Das ist halt so ein Ding zwischen uns. Manchmal nicht. Meistens nicht. Dann kam halt von mir als Retourkutsche, wovor haben sie Angst? Vor Krieg und Olli Kahn. Und das ist aber bis heute so, dass wir uns, also ganz ehrlich, ohne diesen Typen, ohne diesen Wahnsinnigen bei uns im Tor. Ja, hätten wir alle nicht so einen Erfolg gehabt. Und wenn ihr nebeneinander gesessen habt, was hatte jeder von euch sich in den Spinnen geklebt? Oder hatte man sich überhaupt noch irgendwas in den Spinnen geklebt? Nichts? Und wenn ihr Männer euch etwas in den Spinnen klebt, zum Beispiel eine nackte Frau, ist das dann ironisch gemeint oder eigentlich ehrlich? Ich glaube, das haben... Achso. Da frage ich mich immer so, ob das albern... Das weiß ich nicht. Also bei uns waren es vor allen Dingen die Südamerikaner, die sowas haben. Ja oder? Da war es so klassisch. Da war es halt doch in Klasse. Und da war es nicht ironisch gemeint, sondern die fanden das geil, wenn das da... Also geil. Wie soll man es sagen? Ich habe sie nicht gefragt. Also ich bin halt immer ein Spinn, wenn sie nicht da waren. Also so. Fanden das nur mit... Wir können noch mal allgemein ein bisschen fragen, wenn ihr Trikots tauscht. Ja. Wo lässt... Also nee, ich muss anders anfangen. Man hat gespielt und dann kriegt man irgendwie ein Trikot voll verschwitzt von irgendeinem Franzosen, sag ich jetzt mal. Nicht anziehen. Aber ihr zieht es ja manchmal an. Ist das nicht? Manchmal hat man nicht auch manchmal gedacht, ich kotzgleich, vor Ekel, vor Scheiß. Ach nee, nach dem Spiel bist du so fertig, dass du das ignorierst, ob das jetzt über der Schulter hängt. Es war eher dann eklig, wenn du es daheim dann... Du musst immer drüber gehen. Ja, ja. Und wenn du es daheim dann rausgeholt hast. Ach du hast es mitgenommen immer? Ich war ja völlig überrascht, als ich vom KSC zu Bayern München gekommen bin, dass du pro Halbzeit ein Trikot bekommst. Also es gab es in Karlsruhe nicht. Egal wie dreckig das war oder wie nass das war, das hast du anbehalten. Ja. Und dann darfst du diese Trikots auch behalten, das war auch neu für mich. Ich bin mal bei euch das Stadion gegangen und durfte mal unten in die Kabine rein, in das neue Ding, in das Wunderwunderschöne. Und dann habe ich meine Schuhe in der Dusche ausgezogen, das war noch zu der Zeit, als du noch gespielt hast und ihr alle noch da wart, meine Schuhe ausgezogen und hab gesagt, wenn Fußpilz, dann hier in die Welt. Das ist schön. Und bin mit meinen nackten Füßen. Was Musik angeht, wollen wir mal... Du hast ja ein Musiklabel, wie wir vorhin schon gesagt haben, Melaphon. Und du hast gesagt, ich komme gerne nach Hamburg und setze mich auch gerne zu dir in die Kneipe, aber ich würde auch gerne dann eine Band aus meinem Label mitbringen. Ich freue mich. Balloon Pilot! Applaus 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 And I don't have to plan my ways And shake And shake So keep it up I'm floating further away I'm walking further each day With my eyes wide open My head in the clouds But I won't leave you without Handshakes To all my enemies and friends Handshakes To all your liars and you saints Whoa! Whoa! Musik Balloon Pile, die freut mich so! Das war ganz toll! Juhu! Dankeschön! Jetzt kommen Trommeln! Über deinen Kopf, über deinen Kopf! Yeah! Geht noch ganz gut, ich hab nichts gehört. Du bist so schick heute, ich hab das Gefühl, manchmal, ne, wenn du als Experte auf dem Rasen stehst, ziehst du eine extra genobbte Strickjacke an, um zu sagen, privat bin ich schicker, aber meine Mama hat neulich am Telefon gesagt, als ich sagte, weißt du, wer kommt? Ja, aber in letzter Zeit sieht er sich nicht mehr so schön an. Echt? Hattest du gesagt? Und die ist 83. Okay. Was soll, sag dir das mal? Passt ins Beuteschema. Oder? Was man ja immer nicht ahnt, dass so Strickjacken mit Noppen drauf, man die ja mittlerweile auch wieder kauft mit den Noppen drauf, wo ich ja immer meinen kleinen Noppenrasierer schon dran setze. Ich weiß nicht, welche Jacke du meinst. Oh, ich könnte es dir zeigen. Ja? Ich weiß es nicht. Aber wenn meine Mama das schon sagt, dann ist immer, dann war Delling ein bisschen besser angezogen, glaube ich. Oh, das ist schwierig dann. Wirst du oft von blutjungen Dingern angegraben? Jetzt? Nein, gar nicht. Gar nicht. Die halten mich für den netten Onkel aus dem Fernsehen. Das ist ganz gut. Schmeckt die Wurst von Uli Hoeneß? Sehr, sehr. Macht der noch Wurst? Der macht Weißwürste. Weißwürste, Nürnberger macht er. Frostbratwürste. Nürnberger Bratwürste, die kleinen mit Sauerkraut, die sind aber lecker. Die sind sehr lecker. Trefft ihr euch eigentlich noch? Ich war ja immer großer Uli Hoeneß-Fan, was jetzt ein bisschen egal ist, ob Ina Müller jetzt Uli Hoeneß-Fan ist oder nicht. Aber eigentlich immer schon bis zuletzt. Ich fand aber auch okay, dass er in den Knast musste. Weil viele, die hier waren und mit dem zu tun haben, die haben immer gesagt, ja, aber dass der in den Knast musste, fanden wir wirklich nicht gut. Ich sage doch, das gehört ja dann auch dazu. Ja, und vor allen Dingen, dass er die Haft auch angetreten hat. Dass er jetzt nicht noch mal Anwälte und noch mal Anwälte, sondern okay, dann mache ich das. Er ist ein großer Mann. Er hat eine ganz große Rolle in meinem Leben. Hast du im Kopf was anderes, was andere Fußballer in den Beinen haben? Schwierig. Ich fand es immer ganz schön, wenn Fußballer ein bisschen blöd sind, wenn ich ehrlich bin. Und wenn die nicht, also ich sage mal, wenn so ein schlauer Fußballer, ich sehe immer, da kommt eine Flanke und dann sehe ich, wie der anfängt zu rechnen. Okay, Pi mal Rho, wenn ich diese 8 Meter laufe, der Ball ist aber ungefähr auf 30 Grad. Wenn ich jetzt anlaufe, das kann ich rechnerisch nicht schaffen. Dann ist mir ein Polny immer lieber, der einfach sagt, Ball laufen. Und der rechnet nicht, also der läuft. Klose war auch so ein Typ. Ich will gar nicht sagen, dass Klose doof war. Aber das waren, die waren, die haben nicht gerechnet. Die haben nicht abgecheckt, sondern die sind erst mal losgelaufen. Vielleicht die ganz guten, haben vielleicht im Laufen gerechnet. Aber heute habe ich das Gefühl, checken genau, kann ich nicht schaffen. Ich sollte die Energie sparen. Es ist ja nicht so, nicht nur beim Fußball bei denen dann so, sondern das Leben von denen auch so. Okay, verstehe. Ähm, warte, wo fängt es an? Kannst du mit deinen Schneidezähnen ... Wie gemein, du hast mal was ganz Schönes gesagt, als du gefragt wurdest wegen deiner Haare, ne? Ob das nicht schlimm ist mit den Haaren, hast du gesagt, nein, ich mag das mit den Haaren, das lenkt von meinen Zähnen ab. Das fand ich ganz suprem geantwortet. Ich finde das ... Ich zeig sie jetzt nicht mehr. Es zwingt mich ja keiner mit den Zähnen ins Fernsehen zu gehen. Aber wir Frauen mochten das immer sehr. Uns hat das überhaupt nicht gestört. Also meine Mama hat immer gesagt, mach den Kopf hoch, du zerkatzt mir den Fußboden. Oh Mann! Oh Gott! Mehmet, ein Tipp bitte. Will Spielerfrau werden, was muss ich tun? Was muss man tun? Ich glaube, dass es nicht besonders attraktiv ist, Spielerfrau zu sein. Du darfst keine eigenen Hobbys haben, außer shoppen. Ja, oder? Schwieriges Leben. Aber du hast auch mal gesagt, einmal hast du ganz früh gesagt, wenn ich wiedergeboren werde, will ich Pilot oder Arzt werden? Nein, nein, nein. Später hast du gesagt. Okay. Ich möchte Spielerfrau oder Hund bei Uli Hoeneß werden. Ja, genau. Aber Uli Hoeneß hat seinen Hund anderthalb Jahre alleine gelassen. Das sollte man heute auch nicht vergessen. Der Arme ist gestorben, ja. Ach, ist er tot? Nicht der Uli, der Hund. Ach so, schon klar. Der Kuno ist friedlich eingeschlafen. Aber gut. Und würdest du heute sagen, immer noch lieber Spielerfrau und Hund, wo es am gut geht, als Arzt oder Pilot? Ja. Okay. Ich glaube, Arzt und Pilot ist heute auch nicht mehr witzig. Hat Oli Kahn dich auch mal gebissen? Nein, aber gewürgt. Wirklich? Der hat mich sicher mal am Hals gehabt. Es ist doch so süß, im Film, in diesem Film, den ich geguckt habe, du bist so ein bisschen locker und erzählst. Und Oli Kahn sitzt an so einem Tisch, der hat ja auch immer so einen geraden Rücken und sitzt dann und erzählt so. Ich kann das gar nicht so sagen. Er ist einfach auch gefangen in seinem Körper, oder? Ist er nicht im Körper von Oli Kahn? Nein, man muss sich vorstellen, der Oli, der hat mehr trainiert, als wir alle zusammen. Also das war... Der war ja noch ärgert. Der hatte einen anderen Ehrgeiz als du, ne? Ja, nochmal eine Schippe drauf. Und zwar eine große Schippe. Und nicht umsonst wird man so ein grandioser Torwart. Hast du schon mal einen Mitspieler, die Frau ausgespannt? Nein. Ich glaube, auf Mehmet Scholl muss man auch stehen. Ich glaube, wer auf Effenberg steht, steht auch nicht auf Mehmet Scholl. Das kann schon sein. Das kann schon auch sein, dass auf Frauen, die der Effe steht, dass ich auf die überhaupt nicht stehe. Das glaube ich übrigens auch. Das ist sehr wahrscheinlich. Wobei, ich kenne Claudia und Claudia ist ein Herz. Ich mag sie. Okay. Wir werden das jetzt, weil wir noch einen zweiten Gast jetzt reinholen, nicht mehr schaffen. Du bleibst hier sitzen und trinkst noch einen. Darf ich mein Mikro haben? Ich freue mich sehr, weil sie auch eine Frau ist. Bleibt auch noch ein paar Fragen, die Frauen so gerne Fragen haben. Jeden Sonntagmorgen, 10 vor 12, steht sie im Garten von Eden. Jeden Sonntagmorgen, 10 vor 12, geht es von vorn wieder los. In Regenkeld stehen sie da klein und groß. Das ZDF ist da knadenlos. Begrüßen wir mit die wunderbare Andrea Kiewer. Ich hab �ましょう! Sie können her. Andrea Kiewer! Die hatten so viel verdammt! Wir haben Fragen über Fragen. Ja, was du aber auch fragst. Naja, was man alles wissen muss. Das gebe ich mal zurück. Wir fangen jetzt direkt an. Lass mich einmal Mehmet Scholl küssen, mein Liebsten. Fußball-Experten und Ever. Und ich bin genau seine Zielgruppe. Ich bin über 50. Ich bin seine Zielgruppe. Voll die Konkurrenz ins Haus geholt. Geh weg. Geh weg. Komm rein. Was trinkst du? Mehmet, würdest du dein Gebein noch einmal wieder rüberschleudern und dich da in die Ecke setzen? Gehen wir das hin? Ich würde jetzt eher sagen, bevor du jetzt den Mehmet anmachst, wie findest du meine Shantys, Kiwi? Hammer. Das ist ja genau meine Zielgruppe. Habe ich jetzt gefragt? Eher Jüngere oder eher Schanty würden? Eher Ältere. Die wollen alle von mir gepflegt werden. Ich habe beide Leistungssport gemacht in der DDR. Allerdings und du aber im Westen. Also im Süden. Wie soll man da nicht sagen? Du im Süden und du im Osten. Und du warst Leistungsschwimmerin. Ist das nicht noch viel ekliger, Leistungsschwimmerin zu sein als Leistungsfußballer? Warum? Weil ich jeden Tag ins Wasser hüpfen. Aber ich wollte das ja. Ja? Ja. Wasser ist mein Element bis heute. Und hattest du so einen wahnsinnigen 200 Meter Schmetterlingsrücken wie die Frauen in der DDR. Ich erinnere mich immer an diese Rücken, wenn man die Olympiade damals sah als Kind. Jetzt ist es wieder zurückgegangen wahrscheinlich. Aber ich glaube, das ist biologisch nicht möglich. Dass es wieder zurückgegangen ist? Dass sich ein Skelett, ein Kreuz wieder zurückbildet. Das glaube ich ist sehr möglich. Weißt du was? Ich glaube, dass das natürlich auch im Fernsehen mit diesen knappen Badeanzügen mächtiger aussieht. Danke, Frau Müller. Danke. Seid ihr verwandt eigentlich? Nein, überhaupt nicht. Ach so. Aber es gibt öfter mal so einen Müller in Norden. Das sieht mit knappen Badeanzügen mächtiger aus als es ist. Das ist das vielleicht. Guck mal, Mehmet Scholl sieht im Fernsehen riesig aus. Und in Wirklichkeit hat er die Statur eines Balletttänzers. Findest du? Ich finde, der sieht normal groß aus. Und der sieht sehr groß aus. Wie groß bist du, Mehmet? 1,77. Mit oder ohne Absetzung? 1,76. 1,76. Aber du hast schon mal gesagt, du würdest mit Kathrin Müller-Honstein, die ja deine Freundin ist, niemals moderieren, weil die so groß ist. Wenn du große Frauen doof findest. Ja, nicht doof. Nicht doof. Machen wir Angst. Machen wir Angst. Große Frauen machen dir Angst, aber sie müssen ganz klein sein. Im Liegen sind wir alle gleich groß. Ich erzähle auch nicht, was wir vorhin mit diesem Starschnitt oben schon gespielt haben, als er noch auf dem Boden lag. Wir sind alle mal über dich rüber. Es tut mir so leid, aber es war leider so lustig. Gut, ist ja eine Late Night. Darf man jetzt? War ja auch nur Spaß. Und wie war ich? Du warst gut. Super. Und wie war ich? Super. So, jetzt können wir erstmal anprosten. Prost, Jungs! Prost, Gini! Prost! All right in the morning! Hooray! 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 All right in the morning! Du wolltest ja als Kind Schlagersängerin werden. Oh ja! Äh, aber... Ich kann doch nicht singen. Aber wie kann man Schlagersängerin werden wollen und nicht singen können? Das weiß man als Kind nicht. Als Kind sagt dir ja keiner, dass du nicht singen kannst, das merkst du ja nur, wenn die Eltern aus dem Zimmer gehen und dann denkst du, sie haben zu tun. Und du hast dann aber schon richtig mit deinem Springseil? Auf dem Wohnzimmertisch und Mireille Mathieu und Adamo, ein kleines Glück wird einmal groß und... Und dann hast du mitgesungen und konntest gar nicht gut singen? Naja, ich kann bis heute nicht singen, aber ich singe sehr, sehr gern. Ach ehrlich, darf ich nochmal einmal zurückkommen auf Leistungssport, weil ich das so spannend finde. Es ist ja auch sehr lange her und ich verstehe das auch, dass du sagst, oh mein Gott, aber du bist jeden Tag, so wie du zehn Stunden draußen auf der Straße warst und Fußball gespielt hast, bist du jeden Tag 25 Kilometer geschwommen, bis dein Haar grün war vom Chlorwasser. War es wirklich grün? Im Sommer, Freibad. Ach so, und dann... Chlor mit Sonne macht hellgrünes Haar. Und wir haben gemüffelt. Wonach? Nach Chlor. Wenn wir in die Schule kamen, in die Sportschule, dann sagten immer alle, die Chlorasseln sind da. Ja, naja. Dafür kann ich mich in heute innerhalb einer Minute an- und ausziehen. Ach, echt? Also vor allem an, nicht nur aus. Das können aber die Jungs nicht so schnell. Lass dir Zeit, lass dir Zeit. Aber du hast damals auch gesagt, ob ich gedoppt war oder nicht, damals weiß ich gar nicht. Die haben uns immer so bunte Tabletten gegeben und haben sie Vitamine genannt. Aber du hattest schon das Gefühl, da lief was. Nein, dazu war ich auch einfach nicht schnell. Also es war jetzt nicht so, dass es aufgrund dieser bunten Pillen eine Leistungsexplosion gab und ich plötzlich bei Olympia mitgeschwommen bin. So war es nicht. Ich habe ja auch relativ zeitig dann aufgehört. Im Nachhinein, als das dann alles rauskam, dachte ich so für mich, könnte sein. Okay. Könnte sein. Und man kann es auch nicht mehr nachholen? Nein. Es kam auch nicht erst mit 20 der Busen oder so. Mit 18. Kam der? Ja, sage mal, meine Nippel, mein Busen, was ist denn los? Hast du mit ihm über sein Ding gesprochen? Hat sie. Hat sie. Alles geklärt. Hat sie. Alles geklärt. Hat sie. Habe ich das wirklich gerade gesagt? Auweia. Hoffentlich gucken es meine Eltern nicht. Ach was. Du hast aber damals im Leistungssport, du hast ja im Leistungssport damals trotzdem noch ein bisschen Zeit gehabt, jemanden kennenzulernen. Habe ich? Ja, du hast deinen ersten Freund, der Frank, nutscht und ihr habt euch Alkohol in eure Getränke gegossen. So was wäre ja beim Fußball gar nicht denkbar gewesen. Nein. Nein, natürlich nicht. Nein, damals beim Training sich Alkohol in die... Haben wir doch auch nicht. Das war ein Abschiedsparty, Länderkampf, DDR, Italien. Und weil es ganz klar war, dass wir keinen Alkohol trinken dürfen, haben wir eine leere Fanta-Dose, meine erste Fanta-Dose ever, 1982, Rotwein und Weißwein gemixt. Achso. Also einfach rein alles, was da war. Also Rosé. Was man so macht, also du hast Rosé bestellt. Als Teenager. Mein Gott, aber das ist doch harmlos gewesen, wirklich. Ja? Ja. Du hast aber dich übergeben müssen. Nein, ich mich nicht anders. Du hast Frank geknutscht. Der kam später ins Spiel. Der war so ein bisschen, der hat so den Schalter im Kopf umgelegt, weswegen ich dann irgendwann gedacht habe, stopp mal, schwimmen ist gar nicht alles, es gibt noch mehr im Leben. Zum Beispiel Männer. Und soll ich dir was, soll ich dir was sagen? Diese Phase, mir fehlt eine Phase. Mein großer Sohn sagt heute, wenn er mich so erlebt, wie ich so zugange bin, er hat so das Gefühl, ich würde meine Pubertät oder diese Phase zwischen nicht mehr Mädchen und noch nicht Frauen nachholen. Die fehlt mir komplett, die fehlt mir komplett. Hast du eine extreme pubertäre Phase, an die du dich erinnern kannst? Hatte ich nicht, hat mir mein Vater noch gesagt. Weil die Jungs dann ja so, wir hatten neulich jemanden da, der sagte, Jungs, schwitzen Talgen und eitern. Ich glaube mir, nee, mir hat der Sport geholfen. Wir haben es rausgeschwitzt. Ja klar, ihr habt es alles rausgeschwitzt. Ihr habt gar keine Zeit auf mich. Alles rausgegangen. Alles raus. Und soll ich dir mal sagen, weißt du, du willst doch als Sportler nicht Silber oder Bronze gewinnen. Nein, du willst Gold. Du willst Gold, du willst oben stehen und dann erst wird Bronze, dann Silber, dann Gold, dann beugst du dich vor, dann hängen sie dir die Medaille um. Dann wird die Hymne gespielt, dann kommen die Blumetien und du winkst. Ich habe das tausendmal als Kind gespielt in meinem Bett abends. Ich habe mir selbst unsere Hymne gesungen. Das ist Leidenschaft, ja. Also warum? Bisschen. Sei ehrlich, du hast ja nicht die Hymne gesungen, aber man ist. Nee, ich habe ohne Ball Fußball gespielt, weil kein Ball da war. Ja, man ist besessen, glaubst du mir. Und auch die ganzen erfolgreichen Sportler heute in Michael Phelps schwimmen, die Ronaldo. Das passiert nicht einfach so, weil er Werbung macht für irgendwas und sexy ist. Nein, das ist wirklich Talent gepaart mit Glück und ganz viel Fleiß. Völlig richtig. Komplett richtig. Sag mal, du sagst ja, du bist Single im Moment und es ist auch nicht schlimm, aber du möchtest nicht dein Leben lang alleine bleiben. Ist es nicht ein Horror, so prominent wie du zu sein und Single und jetzt wieder irgendwie loszulaufen und zu sagen, wen soll ich denn noch kennenlernen? So ein Shanty? Ey, lass die Shantys, die können was. Hast du gesehen? Fünf von denen jetzt so. Ja, aber weißt du, du bist doch für jeden, den du kennenlernst, bist du doch jetzt die Kiwi aus dem Fernsehgarten. Wo kannst du denn noch sagen, der liebt mich, weil ich ich bin und nicht, weil ich die Kiwi bin, die irgendwie in der Öffentlichkeit steht, die mich mal mit über den Tabby schleppt, die mal dies macht und die mal das macht. Ich stelle mir das extrem schwer vor. Ist es auch. Ich bin gar nicht auf der Suche, damit geht es schon mal los. Es passiert auch nichts, vielleicht muss man es auch ausstrahlen. Aber man muss auch sagen, wir sind beide 50, wir sind gleich alt und machen wir uns nichts vor, Baby. Süße, zusammen sind wir 100, krass wie das klingt, oder? Wir sind nicht mehr die, uns wird nicht mehr hinterher gepfiffen. Man wird einfach ab 50, man wird unsichtbar. Aber es ist auch nicht schlimm, man muss es ein bisschen so. Man muss auch was anderes machen. Mich hat neulich schon für das alte 20-Jährige angebaggert. War das in Tel Aviv? Nein, in Frankfurt. Achso, war das nicht der Kind? Aber er war betrunken. Aber du warst in Tel Aviv und ein sehr junger Kellner hat dich angeschmachtet und hat gesagt, oh Gott, du bist so schön wie meine Mama mit der Gründenhand. Das ist aber auch hart, ne? Null. Was ist denn härter, wenn die nach dem Schwimmen sagen, ne junger Mann, hier ist das Klo für die Frau und das Klo für sie ist da drüben? Das war schlimm. Weil sie denken, dass du ein Mann als du ein Junge bist? Ja. Oder wenn ein 25-Jähriger Tel Aviver zu dir ist? Dann lach ich. Ja? Ja, ach das ist... Warum fährst du immer nach Tel Aviv? Hast du da einen sitzen? Einen Stecher? Ja. Nein. Warst du schon mal da? Nein. Aber ist es so wunderwunderschön? Ich habe in meinem Leben noch festgestellt, wenn man irgendwo war, wo es wunderwunderschön ist, hängt es meistens mit einem Mann zusammen. Nein, es ist eher diese Kombi aus... Wir reden von Tel Aviv, wir reden nicht von Israel. Wir reden von Tel Aviv. Tel Aviv ist wie ich. Tel Aviv hat kein gesundes Mittelmaß. Tel Aviv ist entweder himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt. In Tel Aviv leben aus meiner Sicht optisch gesehen die schönsten Menschen, sowohl Mädchen als auch Jungs. Hast du jemals in Israel Fußball gespielt? Wir waren da mal im Trainingslager. Ich habe das auch so empfunden. Aber da war ich 19. Aber trotzdem, ich habe das auch so empfunden. Es gibt ein Land, es gibt eine Wehrpflicht. Die Jungs müssen drei Jahre, die Mädchen zwei Jahre. Die sind mega in Form. Dann ist es ein Land, eine Stadt, wo du 320 Tage im Jahr in Bikini rumlaufen kannst. Oder aber Bade-Shorts. Oh Gott! Horror! Bade-Shorts! Bade-Shorts! Ja, aber ich will damit ja nur sagen, ich bin halt sehr norddeutsch. Ich liebe den Winter. Und ich möchte auch nicht 200 Tage im Jahr in Bikini irgendwo rumlaufen. Ich schon. Ich würde nur sagen, sorry Leute, sorry. Nein, das ist guter. Sorry ist warm, ich komme im Bikini. Sorry! Es begann alles 2004, als mein großer Sohn sagte, Mami geh an den Strand, da wirst sogar du angesprochen. Und? Und warst du? Seitdem bin ich da. Ja, dann scheint ja doch irgendwas zu laufen. Nein, 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 nein. Es hat, sage mal nein. Nein. Sehe ich so aus? Nein. Nein, eben. Ja, nein. Was soll ich sagen? Ich wollte noch was sagen. Du bist ja nicht nur, dass du Schlagersängerin werden wolltest, sondern auch riesiger Peter-Maffay-Fan. Ja. Und zwar so, dass du als Kind dir die Maffay-Frisur geschnitten hast. Welche denn? Die von jetzt? Jetzt verliere ich meine Freunde gerade. Aus den 70ern oder aus den 80ern, 90ern oder von heute? Das Beste von heute. Er sieht ja immer noch gut aus. Peter ist doch ein toller Typ. Ja, toll. Ey! Na, ich sag ja toll und du sagst ey. Toll. Und? Äh, 70er. Also, Fokuhila hast du dich geschnitten? Ja, der hat auf Deutsch gesungen. Ich habe verstanden, worum es geht. Nee, das war damals... Es war richtig. So bist du war das dann. Ja. Stimmt. Nur du. Nur du. Nur du. Nur du. Bumm, bumm. Bumm, bumm. Bumm, bumm. Und wenn du gehst, dann geht nur ein Teil von dir. Der andere bleibt bei mir. Das war, komm, das war gut. Und dann hast du dir solche Hosen abgenäht, weil ihr hattet ja nichts im Osten und hast gesagt, ich will auch so eine Hose haben. Nee, pass auf, ich sag dir jetzt noch was, was ich noch nie erzählt habe. Ich bin ein Kind der 70er, dessen Mama Strickhosen gestrickt hat. Mit Zopfmuster am Rand. Dann wurden die bei Regen länger. Und wenn es unten abgestoßen war, hör auf mit Oh. Dann hat meine Mama die Wolle wieder aufgetrennt und hat daraus einen Rock gemacht. Ja, das ist heute wieder modern. Ja. Sharing nennt sich das. Es wird ja geshared. Teilen ist das neue Haben. Ich würde sagen, wir würden uns jetzt mit unseren drei knackigen Hintern, wie ich glaube, dass wir sie alle haben. Eins, zwei, drei. Das schaffe ich nicht mehr. Doch, das schaffst du. Und ihr würdet jetzt schon euch mit den Hintern da und da hinsetzen. Es geht ziemlich gut, glaube ich, wenn ich hier sitzen bleibe. Na toll. Drei, zwei, eins. So. Jetzt kommt Modi. Jetzt kann ich aber gerne rücksichtigen. Drei, zwei, eins. So. Leute. Ist ganz schön hoch. Ist das hoch? Ja. Du machst doch eine andere. Ich hab höhere Angst. Nee. Und Flugangst. Wo fängt eigentlich Höhenangst an? Bei 30 Zentimeter. Doch nicht auf dem Tresen. Doch. Bei 30 Zentimeter. Ja. Hättest du vorhin, als wir uns alle hier über den Scholl gewälzt haben, hättest du schon ein Problem gehabt. So. Können wir jetzt aber. Gemein, oder? Wenn das Männer über Frauen sagen würden, wäre es sexistisch. Ich glaube, der Scholli hat Verständnis dafür. Er ist selber so einer. Er mag, glaube ich, einen ordentlichen, versauten, handfesten Witz. Meinst du, der Scholli ist einer von uns? Ja. Ja. Ist er. Nennt mich Gabi und ich hör zu. Ich gehör zur Frauengruppe. Wem würdest du gern mal Mund-zu-Mund-Beatmung machen? Bei wem würdest du gern mal Mund-zu-Mund-Beatmung machen? Ach, weil du natürlich geschwommen bist. Rettungsschimmerin. Warst du? Ja. Sie könnte die Amigos wiederbeleben. Ich quatsch nicht mehr dazwischen. Ja. Apropos, Amigos, wollen wir Musik hören? Ja. Sehr gerne. Aber wir haben heute Musik da, die ich mir so gewünscht habe. Ich muss zugeben, ich habe sie bei den Kollegen in Österreich geklaut. Da habe ich sie in der Fernsehsendung gesehen und sie haben mit einem riesigen Bergmannschor gesungen. Da habe ich gesagt, was? Grüsselmanns Stemmann, willkommen Österreich. Die brauchen wir, die Jungs. Dann habe ich angerufen und dann haben die Jungs gesagt, ja klar, willkommen. Und dann habe ich meine Schentis angerufen und gesagt, könnt ihr da mitsingen? Das, was der Bergmannschor kann, Jungs, das könnt ihr doch auch. Und dann haben die Jungs gesagt, das machen wir. Und heute sind sie da und ich freue mich so. Begrüßt mit mir die Gruppe FUTSMA! Halleluja! Es ist lustig! Wir gehen nach Westen, sag zu mir mein Hut. Dort ist das Wetter immer schön und gut. Wir fahren nach Osten, als das Fahrrad kommt. Und Richtung Berge ziehen wir davon. Lass uns nach Süden gehen. Ich will im Meer drin stehen. Und an der Rehnen pflücken schöne Mädchen sehen. Und dann im Norden rum. Dort, wo die Stürme toben. Da will ich mich verlieben. Da will ich mich verloren. Komm noch mit mir auf den Mond hinauf. Bist du dabei bei meinem Sternenlauf? Wir werden Wellen reiten. Wir werden uns nicht schreiten. Und immer weiter gehen. Und irgendwann man alles versteht. Lass uns so Lüfte fliegen. Komm, lass uns Kinder kriegen. Ich möchte singen, tanzen, weinen leben. Jawoll! Ich weiß, es gibt es wo. Vielleicht im Malibu. Vielleicht woanders. Sag mir, wo, wo könnte es sein? Ja, wo? Geh doch nach Denver. Rauch dich ein. Wirst sehen, das tut dir gut. Für eine Hand voll Gras. Ein bisschen Peace and Love. Geh doch nach Denver and relax. Glaub mir, das tut dir gut. Und für eine Hand voll Gras. Ein bisschen Peace and Love. Geh doch nach Denver. Rauch dich ein. Geh doch nach Denver. Wirst sehen, das tut dir gut. Für eine Hand voll Gras. Geh doch nach Denver. Ein bisschen Peace and Love. Geh doch nach Denver. Rauch dich ein. Geh doch nach Denver und Jackson. ist mein Wecker. Aber jetzt muss ich das neu, sobald die Shantys dabei sind, will ich natürlich jetzt die Shantys dabei haben. Ich liebe das Lied so sehr. Seid ihr auf Tour, möchtet ihr irgendwas sagen? Möchtet ihr Werbung für euch machen? Ach, das passt schon. Vielen Dank. Ja, das war sehr schön. Danke, alle Shantys. Danke, Ina. Halleluja. Danke euch. Macht es gut. Jesus lebt. Macht es gut, Putzmann. Halleluja. Halleluja. Kiwi, hattest du als Schwimmerin oft Fußpilz? Nein. Nie? Nie. Bei beiden Urin-Doping-Probe dann negativ? Also wenn man jetzt bei euch beiden eine Doping-Probe nehmen würde, wahrscheinlich. Hättest du was drin? Quatsch. Nimmst du Arzneimittel? Arzneimittel? Ja, manchmal. Tabletten. Nein, ich nehme jede Menge Vitamine. Ja, ja, haben sie in der DDR ja auch gesagt. Nein. Wusstest du zu DDR-Zeiten, was eine Kiwi ist? Nein. Was heißt das? Sag mal bitte. Harz, Blumen, Fernseh, Fernsehgarten schon mal so geregnet, dass du bis auf die Unterhose nassst. Trinkst du überhaupt eine Unterhose? Nein. Für was? So, jetzt geht es bei den Shantys ab, sag ich dir. Kopf, Kino, Kopf, Kino. Komm zu mir, Shantys, komm. Hier, hast du schon mal ins Becken gepinkelt? Aber jedes Mal. Wirklich, du Schwein. Wieso? Machst du da auf? Nee, aber das ist so, ich geh da ja schon deswegen nicht mehr rein. Weißt du, was sie bei uns früher immer erzählt haben? Deswegen habe ich wahrscheinlich ein Trauma. Wir haben uns damals immer erzählt, wenn ihr pinkelt, wird das Wasser blau. Kennt ihr das? Ja. Unser Schwimmlehrer hat immer gesagt, wenn ihr rein, und übrigens, wenn ihr reinpinkelt, wird das Wasser blau. Und es hat keiner mehr gepinkelt, nicht keiner. Und es ist bei mir so drin, dass ich immer noch denke, vielleicht wird mir noch keiner gepinkelt. Pass auf, ich verrate jetzt ein Geheimnis. Das ist gelogen. Natürlich. Heute weiß ich es ja auch. Im März haben wir gesoffen. Was? Irgendwas mit dem Fernsehgarten. Ist das blond echt? Ja. Echt Chemieindustrie. So wie bei mir. So wie bei dir. Echt blond. An uns ist alles echt. Ja, aber an mir ist auch alles echt. Können wir. Alles echt. Alles beweglich. Aber wenn es so richtig schrunselig wird, ist es auch schwierig, findest du nicht? Denkst du manchmal darüber nach, du bist jetzt 50 und ich auch. Wenn Mehmet in zehn Jahren, 55, zum Beispiel denkt, ja, ich bin schrunselig, aber die Leute mögen es, dass sie zugesehen haben, wie ich älter geworden bin. Wenn wir aber in zehn Jahren, du in deiner und ich in meiner Sendung sitzen. Unmöglich. Aber ich glaube, was machen wir dann? Was machen wir dann? Aber ihr seid keine Frauen, ihr seid Männer. Shanties in meiner Sendung ist immer ein Platz für euch. Was? Wie lange? Achso. Camping? Nee. Willst du den Fernsehgarten noch moderieren? Dreimal Holz, solange wie du Inas nachmoderierst. 100 Jahre. Bis 120. Dann bist du abergläubisch nicht mehr. Ja, sehr. Hast du wirklich das Gefühl, wenn du irgendwas nackst, ohne dreimal Holz zu sagen? Nee, so schlimm ist es nicht. Aber ich bin schon sehr abergläubisch, gebe ich ehrlich zu. Aber in der Sendung spuckt ihr euch ja ständig irgendwo rüber. Ja. Nein, nur am Anfang toi 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 über die Schulter, man darf sich nicht bedanken. Ich gehe nicht unter aufgestellten Leitern durch, ich pfeife nicht auf der Bühne, außer es gehört zum Stück. Ich trage keine Hüte, außer gehörend zu... Wie kann man sich das alles auferlegen, wo es überhaupt nicht sein muss? Ich muss, ich erleg mir das nicht auf, das ist einfach da. Die tauchen Stringe aus und Ketten aus vor der Sendung. Nein. Und genau, ich bin Andrea Petry. Nein. Ähm, ähm. Miroklose. Mega abergläubisch. Immer, glaube ich, mit links oder rechts zuerst aufs Feld. Da schaust du. Da schaue ich gar nicht drauf. Also ich merke, dass manche beten, dass manche das machen. Doch, ich finde, ich schaue nicht wirklich drauf. Hast du kein Ritual vor der Sendung? Nichts. Stellst du deine Tasche auf den Boden? Nein. Sowas ist dann. Du darfst deine Handtasche, wenn du abergläubisch bist, nicht auf den Boden stellen, weil was passiert? Dann läuft das Geld weg. Wenn dir ein Vogel auf die Schulter kackt? Nee, das habe ich nicht. Aber zum Beispiel überhaupt Schuhe oder ob neu gekauft, in Verpackung oder nicht auf dem Tisch stellen. Das war früher ein Symbol dafür, dass jemand gestorben ist. Aber so viele Leute können gar nicht sterben. Ha, 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 ha. Haben wir einen Schuh-Tick, Frau Müller? Ja, man sagt ja auch, in Hamburg sagt man ja immer, wenn man sich die Zigaretten an einer Kerze anmacht, stirbt ein Seemann. So viele Seemänner kann es gar nicht geben auf der Welt, wie ich mir schon Zigaretten an Kerzen angezündet habe. Aber ich glaube, dass Aberglauben auch so ein ganz kleines bisschen, erstens, ich, 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 ich pflege das. Und es ist so ein roter Faden durchs Leben. Es macht das Leben so unnötig schwer für dich. Nein, es ist altes Wissen. Es ist alter Glaube. Ja so, alter Aberglaube. Naja. 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 Was machst du mit dem Starschnitt? Den ehrlich gesagt nehme ich mit. Soll ich jetzt sagen, den kriegst du Kiwi? Neben nicht. Du kriegst die Shantys, ich nehme den Starschnitt. So, Leute. Oh, 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 hey. Ich würde sagen, in Hamburg sagt man süß, Jungs, für Kiwi. In Hamburg sagt man süß, Jungs, für Kiwi. Tschüss. Ich bedanke mich. Ich habe so einen wunderschönen Abend heute gehabt. Ich bedanke mich von Mehmet Scholl. Ich bedanke mich bei Kiwi natürlich. Ich bedanke mich bei meinem Publikum. Draußen bei meinen Shantys. Und natürlich bei meinen Bands, die heute da waren. Ich bin selig, etwas angetrunken. Und was will man mehr? Und wer einmal in Hamburg war, der kann das gut verstehen. Schunkel! Und wer einmal in Hamburg war, der kann das gut verstehen. Ahoi! Tschüss! Immer ein Guter! Ja! 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 Ja!